Herzlich Willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück, Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören. Hallo, ich bin Jasmin Fromm und das hier ist die Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten aus dem Klinikum Osnabrück über ihren Fachbereich und bei dem Gespräch lernen wir zusammen Neues über die Fachbereiche und auch über die Expertinnen und Experten, die ich bei mir im Studio zu Gast habe, dann auch persönlich. Für diese Folge habe ich mich mit dem Chefarzt der Klinik für allgemeine innere Medizin, Gastroenterologie, Hepatologie, Diagnostische und Interventionelle Endoskopie, Diabetologie und Ernährungsmedizin zusammengesetzt. Dieser hatte einen ziemlich, ziemlich vollen Zeitplan, aber er hat sich trotzdem die Zeit genommen für diese Podcast-Folge. Das Gespräch mit Privatdozent Dr. Johannes Rai, das kriegt ihr jetzt. Hallo, Herr Privatdozent Dr. Johannes Rai. Ich freue mich, Sie bei mir im Studio zu haben, im Aufnahmestudio. Ja, hallo. Sie sind der Chefarzt der Klinik für allgemeine innere Medizin, Gastro, oh Gott, dieses Wort ist echt schwierig. Können Sie das nochmal aussprechen? Gastroenterologie. Hepatologie, Diagnostische und Interventionelle Endoskopie, Diabetologie und Ernährungsmedizin. Was genau ist denn das eigentlich? Was für einen Bereich umfasst Ihr Klinikbereich? Ja, es sind viele Teilbereiche, die im Prinzip alle zur inneren Medizin gehören, also zur Erkrankung der inneren Organe. Die allgemeine innere Medizin geht so ein bisschen in den Bereich der allgemeinen Medizin. Der Schwerpunkt der Klinik ist aber sicher die Gastroenterologie. Hinter dem Wort versteckt sich im Prinzip die Heilkunde, die Magen-Darm-Heilkunde, also die Heilkunde des Bauches. Und dann in diesem Bereich gibt es zwei Subdisziplinen, die einen besonderen Schwerpunkt in der Klinik haben. Das ist einmal die Hepatologie, das ist die Leberheilkunde. Und die Endoskopie, das ist die Untersuchung von Hohlorganen mit einer Videokamera, einem flexiblen Endoskop und einer Videokamera. Die Diabetologie, da verbirgt sich die Zuckerkrankheit hinter, also die Behandlung einer Erfolgskrankheit. Und die Ernährungsmedizin ist eigentlich selbsterklärend ein Themenbereich, eine Subdisziplin in der inneren Medizin, die in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Ernährungsmedizin, ist das dann sowas wie ein Ernährungsberater oder wie genau kann ich mir das vorstellen? Die spielen in der Ernährungsmedizin eine große Rolle. Aber es gibt auch tatsächlich inzwischen Ernährungsmediziner, das heißt Ärzte, die in ihrem Schwerpunkt Internisten sind, Allgemeinmediziner sind, Chirurgen sind, die sich weiterqualifiziert haben im Bereich der Ernährungsmedizin. Ja und in dieser Podcast-Folge wollen wir uns einmal auf den Bereich Endoskopie fokussieren. Den haben Sie gerade schon einmal angesprochen. Das ist ja im Prinzip in irgendeiner Körperhöhle mit so einer Kamera nachgucken, oder? Oder wie genau würden Sie das beschreiben? Ja, ist richtig. Also wir nutzen natürliche Körperöffnungen, um unsere inneren Organe zu untersuchen mit einem flexiblen Schlauch, an dessen Ende eine inzwischen hochauflösende Videokamera installiert ist, die uns über einen Prozessor, ähnlich wie bei einem Computer, Bilder aus dem Inneren des Körpers dann zum Tageslicht bringt. Wann genau macht, muss man denn sowas machen? Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, mit was für Beschwerden, beziehungsweise mit was für einer Indikation kommen Sie zu so einer Untersuchung. Das kann, wie gerade angedeutet, Beschwerden, also Sie fühlen sich krank oder haben irgendeine Beschwerde im Bauch, um untersucht zu werden. Das kann aber auch im Rahmen von Vorsorge notwendig sein. Und gibt es da unterschiedliche Untersuchungsmethoden mit dieser Endoskopie oder gibt es da nur eine einzige? Nein, da gibt es schon unterschiedliche Methoden. Das ist ein sehr weites Feld geworden inzwischen. Wir sind seit einigen Jahren eigentlich in der Lage, an jeden Bereich, an jede Stelle unseres Verdauungstraktes mit einer Kamera kommen zu können. Selbst in die Gallenwege können wir mit Kameras gucken, in die Bauchspeicheldrüse mit Kameras gucken. Auch der mittlere Dünndarm, der lange Dünndarm, sechs Meter lang, ist inzwischen vollständig mit dem Endoskop untersuchbar. Das heißt, je nachdem, welche Körperhöhle man da untersuchen möchte, braucht man dann da doch unterschiedliche Untersuchungsmethoden? So ist es. Das macht Sinn. Und hat sich da auch irgendwie was entwickelt in der letzten Zeit? Oder gab es da irgendwelche, wie sah das früher aus, wie sieht es heute aus? Gibt es da große Unterschiede? Ja, unbedingt. Also die Endoskopie, die gastrointestinale Endoskopie, das heißt die Endoskopie, die sich mit dem Magen-Darm-Trakt beschäftigt, die hat in den letzten zehn bis 15 Jahren eine enorme Entwicklung genommen. Die Bildauflösung in diesem Bereich ist extrem verbessert worden. Erinnern Sie sich daran, wir haben in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends in Röhrenfernseher geguckt. Die hat keiner mehr zu Hause oder fast keiner mehr vielleicht. Und so ist es in der Endoskopie auch. Wir haben eine extrem hohe Auflösung. Uns gelingt es endoskopisch mit Bildern fast Bilder auf feingeweblichem Niveau, also auf zellulärer Ebene darzustellen. So hoch sind die Vergrößerungsmöglichkeiten inzwischen. Und wir haben natürlich auch viele Techniken, die zum Teil auch aus den chirurgischen Fächern abgeschaut, in dieser Endoskopie Einzug erhalten haben. Das heißt, wir operieren tatsächlich auch durch diese Endoskope immer mehr. In allen Bereichen haben die Möglichkeit, Proben zu nehmen für diagnostische Zwecke, aber auch die Möglichkeit, großflächige Tumoren, wenn sie ein gewisses Stadium noch nicht überschritten haben, endoskopisch zu entfernen. Das heißt, die ganzen Diagnosemaßnahmen oder die Art und Weise Dinge zu diagnostizieren, ist jetzt durch diese höhere Aufnahmequalität der Kamera wahrscheinlich auch besser geworden, oder? Absolut. Wir sehen mitunter durch das Auflösungsvermögen deutlich früher Krebsvorstufen im Magen-Darm-Trakt. Wir können Entzündungen mitunter viel besser erkennen. Wir haben durch die veränderte Bauform, leicht veränderte Bauform, die Flexibilität der Endoskope, durch diesen Fortschritt haben wir natürlich auch eine inzwischen deutlich höhere Patientensicherheit bei diesen Untersuchungen. Sehr niedrige Komplikationsraten haben wir schon immer gehabt, aber das ist ein enormer Fortschritt, den dieses Fach und insbesondere diese Subdisziplin in der Gastroenterologie in den letzten Jahren genommen hat. Und wir sind noch nicht am Ende. Was kann denn eigentlich alles mit so einem Endoskop oder endoskopisch untersucht werden? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Hat man da alles? Also die klassischen und im Volksmund am besten bekannten Untersuchungen sind sicher die Magenspiegelung und die Darmspiegelung. Das sind auch endoskopisch die häufigsten Untersuchungen, die wir machen. Bei der Magenspiegelung ist es so, dass neben dem Magen auch die gesamte Speiseröhre untersucht wird und der erste Teil des Dünndarms untersucht werden kann, neben dem Magen selber. Im Rahmen der Darmspiegelung, klassischen Sinne gemeint, wird der Dickdarm untersucht bis in den letzten Teil des Dünndarms. Das heißt, mit diesen beiden Untersuchungsverfahren haben Sie mit Ausnahme des Dünndarms, also großen Teilen des Dünndarms, schon große Teile des Verdauungstraktes gesehen. Und mit speziellen Endoskopen haben wir zudem die Möglichkeit, über den Mund auch die Gallenwege, die Gallenblase, die Leber zu untersuchen, genau wie die Bauchspeicheldrüse. Und das Ganze können wir inzwischen auch kombinieren aus einer Art Videoendoskopie und Ultraschalluntersuchung von innen, der sogenannten Endosonographie. Das heißt, wir stellen im Millimeterbereich hochauflösend die Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, da Lymphknoten, den Gallengang, die Gallenblase, also verschiedenste Strukturen, die unmittelbar auch am Verdauungsorgan, Magen oder Dünndarm liegen können, mit diesem Untersuchungsverfahren inzwischen untersucht werden. Sowohl als Bild, aber auch natürlich Gewebeproben, die außerhalb dieses Bereiches liegen können, durch dieses Verfahren gewonnen werden. Und dann gibt es ein Verfahren in zwei verschiedenen Formen, einmal mit Balance und einmal mit einer sogenannten Spirale, mit der wir die Möglichkeit haben, über den Mund den gesamten Dünndarm, also bis in den Dickdarm, einmal durch zu endoskopieren. Das war bislang eigentlich nur der Kapselendoskopie vorenthalten. Das heißt, eine tablettengroße Kapsel, die eine Videokamera hat und die dann die Signale nach außen sendet, ein Video aufzeichnet über mehrere Stunden, was von uns dann angeschaut wird. Und heutzutage können wir nicht nur anschauen mit der Kapsel, sondern wir haben auch die Möglichkeit, diese Bereiche des Dünndarms zu erreichen und dort dann mitunter auch Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, die Technik hat sich da ganz schön weiterentwickelt? Ja, rasant, muss man sagen. Also in den letzten Jahren nicht nur auf diagnostischer Ebene, sondern halt auch auf interventioneller Ebene oder ein anderes Wort für interventionell bedeutet therapeutischer Ebene, in der wir die Möglichkeit haben, ohne Operationen oder einfacher gesagt, da wo früher Operationen notwendig waren, schaffen wir es auch heute in bestimmten Bereichen, auch ohne Operationen. Das heißt aber nicht, dass wir alles ohne den Chirurgen und den Kollegen der Chirurgie darstellen können. Wir arbeiten auch durchaus in Grenzbereichen, wo am Ende doch auch manchmal dann der Kollege aus der Chirurgie oder die Kollegin aus der Chirurgie notwendig wird. Das klingt ja alles schon mal sehr schön, aber es kommt ja auch mit Sicherheit mit Risiken daher. Also wenn man so einen Schlauch irgendwo in den Körper reingesteckt bekommt, das ist doch mit Sicherheit auch nicht ganz so harmlos. Also welche Risiken bringt das Ganze mit sich? Also jede Untersuchung, egal ob sie diagnostisch ist oder interventionell ist, hat natürlich Risiken. Die Risiken in der Endoskopie sind sehr, sehr niedrig, liegen im unteren, am einstelligen Bereich, je nachdem, was sie für ein Untersuchungsverfahren nehmen. Wir sprechen zum Teil von Komplikationsrisiken von 0,0%. Die häufigsten Risiken im Rahmen dieser Untersuchung sind Blutungen, dadurch, dass kleinere Schleimhäuverletzungen auftreten. Anders als vor vielen Jahrzehnten ist es aber heute so, dass sie kaum noch Patienten haben, die infolge einer endoskopischen Untersuchung oder endoskopischen Operation dann wirklich in den OP gefahren werden müssen und Teile ihres Verdauungstraktes verlieren oder ähnliches. Das kommt praktisch nicht mehr vor. Wir sprechen also von sehr, sehr sicheren Untersuchungsverfahren. Operationen, endoskopische Operationen an den Gallenwegen oder an der Bauchspeicheldrüse können durchaus ein etwas höheres Risiko haben, aber wir bewegen uns auch da immer noch im kleinen, einstelligen Prozentbereich, wenn wir die rein wissenschaftliche Statistik nehmen. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Ich würde noch einmal auf die Darmspiegelung zurückkommen, die Sie vorhin angesprochen haben. Das ist eine der häufigsten endoskopischen Untersuchungen, die Sie machen. Bei was für Beschwerden wird denn eigentlich so eine Darmspiegelung gemacht? Ja, das hatte ich gerade angedeutet. Die Darmspiegelung besitzt zweierlei Charakteristika. Einmal zur Abklärung von Beschwerden, mit denen ein Patient kommen würde, aber sie ist auch ein wichtiges Diagnostikum im Rahmen unserer Prävention des Dickdarmkrebses oder des Darmkrebses, wie der Volksmund häufig sagt. Und das ist ein immer wichtigerer Punkt, auf den wir gerne hinweisen möchten in der Gastroenterologie, dass die Darmkrebsvorsorge für Männer ab 50, für Frauen ab 55 von den Krankenkassen in Deutschland finanziert ist. Das heißt, auf diese Vorsorge hat jeder Anspruch. Und wir dürfen nicht vergessen, der Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen und Männern. Und deswegen kann ich auch dieses Interview nur zum Appell nutzen, alle, die im entsprechenden Vorsorgealter sind, sich der Vorsorge zu widmen. Das sind die primären Ansprechpartner, niedergelassene Gastroenterologen. Von denen gibt es in Osnabrück einige. Und ich kann nur dazu ermutigen, sich an diese Kolleginnen und Kollegen primär zu wenden, um die Vorsorge in Anspruch zu nehmen. Also keine Angst davor haben, sondern zum Arzt gehen? Auf keinen Fall. Die Darmkrebsvorsorge hat immer ein Vorgespräch mit dem Untersucher. Egal wo sie eigentlich hingehen, sie werden darüber aufgeklärt. Und die Untersuchung als solche ist mit einer Beruhigungsspritze verbunden, bei der sie tief schlafen. Das ist keine Narkose. Ihre Atmung ist selber erhalten. Und das ist gut verträglich. Wie läuft denn eigentlich so eine Endoskopie ab? Weil ich glaube, wenn man das vorher schon weiß, dann nimmt das einem nochmal so ein kleines bisschen Angst und Sorge. Können Sie das vielleicht mal erklären? Ja, das hängt so ein bisschen von der Lokalisation ab, wo Sie endoskopieren wollen. Wenn Sie eine Magenspiegelung machen, dann reicht es, wenn Sie am Abend vorher so etwa ab 22 Uhr nüchtern bleiben. Sie keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen. Sie dürfen schluckweise Wasser nehmen. Sie dürften auch ausgewählte Medikamente nehmen. Am besten den Untersucher oder den Behandler fragen, welche Medikamente genommen werden dürfen, welche nicht genommen werden dürfen. Und dann ist es meistens so, dass im Laufe des Vormittags am Folgetag dann die Untersuchung stattfindet. Nüchtern kriegt man in die Vene einen Zugang gelegt. Über diesen Zugang wird eine weiße Milch, sagen wir gerne manchmal auch, gespritzt. Das ist ein Medikament, was Sie ganz schnell schlafen legt. Und wenn wir das Medikament nicht mehr spritzen, dann wachen Sie auch schnell wieder auf. Und Ihr Untersucher berichtet Ihnen vom Ergebnis der Untersuchung meist sofort. Und im Rahmen der Darmspiegelung ist die Mitarbeit des Vorsorgewilligen, je nachdem aus welcher Perspektive Sie kommen. Oder aber auch des Patienten, wenn er Beschwerden hat. Wichtig, die Sicht im Darm ist maßgeblich davon abhängig, wie gut die Vorbereitung des Darms ist. Das heißt, sie müssen vorher was trinken. Sie bekommen sozusagen von uns induzierten Durchfall, damit der Darm von Stuhl gereinigt ist. Und je besser diese Vorbereitung ist, umso besser ist auch die Sicht für den Untersucher. Und je besser die Sicht für den Untersucher ist, umso weniger Komplikationen gibt es. Aber, und das ist das Entscheidendste, umso besser können wir natürlich auch Krebsvorstufen erkennen und dann auch entfernen in der gleichen Sitzung. Ist denn so eine Magen- oder Darmspiegelung schmerzhaft? Also, Sie haben gerade gesagt, man wird schlafen gelegt. Ich vermute mal, man merkt dann gar nichts. Oder liege ich da falsch? Nein. Wie schon ausgeführt, Sie merken von dieser Untersuchung nichts. Sie sind in einem Tiefschlaf, in einem Dämmerschlaf, atmen aber selber. Sie sind nicht beatmet, bekommen etwas Sauerstoff über die Nase, damit die Atmung auch schön stabil bleibt. Sie sind die ganze Zeit überwacht an einem Monitor. Das heißt, Ihre Herz-Kreislauf-Funktion wird durchgehen und kontinuierlich überwacht. Und dieses Medikament, was Sie da bekommen, schlägt ganz schnell an. Also, wenn Sie spritzen, sind Sie innerhalb von Sekunden eingeschlafen. Und wenn wir das Medikament als Untersucher, sind wir nicht immer alleine, sondern auch im Untersuchungsteam, dann weglassen, nicht mehr spritzen, dann sind Sie innerhalb von Minuten auch wieder wach. Und meistens auch so wach, dass Sie sofort mit dem Untersucher Ihre Befunde, die Ergebnisse Ihrer Untersuchung besprechen können. Das heißt, man ist da nicht auch so ein bisschen dämmerig im Kopf, sondern ist direkt geistig wieder vollkommen da. Ja, also eine gewisse Abgeschlagenheit ist nach so einer Untersuchung sicher noch da. Wir empfehlen auch an diesen Tagen, keinen Sport zu treiben. Die Reaktionsfähigkeit ist etwas vermindert. Über 12 bis 24 Stunden sollte man nicht am Straßenverkehr aktiv teilnehmen. Das ist schon ein Tag, der in der Folge dann eher ein Entspannungstag ist als ein Aktivitätstag. Aber von weit über 95 Prozent der Patienten wird dieses Verfahren sehr gut vertragen. Wie lange dauert denn eigentlich so eine Endoskopie? Ich vermute mal, es ist unterschiedlich, je nachdem, wo dann nachgeguckt wird. Aber so um den Dreh, was wissen Sie, wie lange dauert es ungefähr? Das ist richtig. Also wenn Sie eine Vorsorgedarmspiegelung in Anspruch nehmen, müssen Sie ungefähr rechnen, dass Sie wahrscheinlich mit dem Vorgespräch, was vielleicht so 15, 20 Minuten dauert, dann noch den eigentlichen Untersuchungstag mit einrechnen müssen. Und die Untersuchung selber mit einschlafen und wieder aufwachen und dem Befundgespräch rechnen Sie ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde. So eine Darmspiegelung, wie oft sollte man die machen? Also Sie meinen, man sollte regelmäßig machen, aber von was ist genau regelmäßig? Einmal pro Jahr, alle drei Jahre, von was reden wir da genau? Da gibt es sehr gute wissenschaftlichen Daten zu. Eine Leitlinie in Deutschland. Der Eintritt in das Vorsorgealter ist vorgegeben, das hatte ich schon erwähnt, das 50. beziehungsweise 55. Lebensjahr für die Spiegelung als solche. Und je nach Befund, je nach Ergebnis der ersten Spiegelung wird eine zweite Spiegelung im Abstand von fünf bis zehn Jahren empfohlen. Es kann aber durchaus auch sein, wenn man zum Beispiel eine Krebsvorstufe gefunden hat und die entfernt hat, dass am Ende die Empfehlung steht, schon nach wenigen Monaten oder nach einem Jahr oder nach drei Jahren diese Untersuchung zu wiederholen. Formal ist im Präventionsprogramm, also im Vorsorgeprogramm für den Dickdarmkrebs die Untersuchung im Abstand von fünf bis zehn Jahren zweimal vorgesehen. Und wie sieht das aus, wenn man in der Familie jemanden hatte, der irgendeine Darmerkrankung vorher hatte? Da ändert es sich. Da hängt maßgeblich davon ab, was es für eine Darmerkrankung ist. Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, die haben mitunter andere Untersuchungsintervalle als im Rahmen der Vorsorge. Ändern tut sich das auch, wenn in der Familie, deswegen ist das Gespräch mit dem Untersucher vor der Untersuchung so wichtig, wenn in der Familie bekannt ist, ob jemand Krebsvorstufen gehabt hat, dann ändert sich der Eintritt in das Vorsorgealter. Um etwa zehn Jahre nach vorne. Das heißt, um 40 Jahre dann? Zum Beispiel je nachdem, wann diese Krebsvorstufe bei dem Angehörigen, bei dem engen Angehörigen gefunden worden ist. Also wenn bei jemandem mit 42 eine Krebsvorstufe gefunden worden ist, die ein entsprechendes Risikoprofil hatte, dann würden für seine Kinder gelten, dass er mitunter schon zehn Jahre früher die Empfehlungen ausgesprochen bekommt, seine Kinder untersuchen zu lassen. Das heißt für die Kinder dann ab 32? In dem Beispiel. Zum Beispiel, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch Besonderheiten, wenn es um die Menge an Krebsvorstufen gibt. Es gibt genetische Erkrankungen, die besonders viele Krebsvorstufen im Darm aufweisen. Da gibt es andere Untersuchungsuntervalle. Das heißt aber auch, dass diese Darmkrebs- oder Darmerkrankungen generell vererbbar sind? Vermute ich mal, wenn… Nicht generell. Also wir wissen, dass es genetische Erkrankungen gibt, wo wir ein sehr, sehr erhöhtes Risiko haben. Zum Teil sogar genetische Erkrankungen, wo man am Ende sogar Empfehlungen aussprechen muss, den Darm präventiv zu entfernen, chirurgisch. Aber in den anderen Fällen ist es meistens so, dass die Menge an Polypen und die feingewebliche Beschaffenheit die Empfehlungen wiedergibt, wann die entsprechenden Intervalle sind. Aber auch da ganz wichtig, sehr individuelle Betrachtungsweisen des Patienten manchmal auch notwendig. Gibt es denn auch irgendwelche Möglichkeiten, vorzubeugen, wenn man weiß, ich hatte in der Familie jemanden oder ich habe in meiner Familie jemanden, der so einen Darmkrebs hatte oder irgendeine Darmerkrankung, dass man sagt, ich möchte vorbeugen, dass es bei mir nicht passiert? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ja, das ist die Darmspiegelung, ganz eindeutig. Wir kennen alle Krebsvorstufen des Darms und bis Dickdarms. Und daher die Ermutigung in jedem Fall, wenn es eine familiäre Belastung gibt, wenden Sie sich an einen Kollegen in der Gastroenterologie, Kollegin in der Gastroenterologie und lassen sich beraten. Aber dann gibt es auch wirklich nur diese Darmspiegelung. Ansonsten gibt es keine Möglichkeiten, nicht irgendeine Ernährungsumstellung oder irgendwelchen Sport, den man machen kann oder sowas? Das ist der Goldstandard und es wird wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit der Goldstandard sein, weil Sie damit detektieren, also Sie stellen es fest und haben wie mit keinem anderen Verfahren die Möglichkeit, es auch gleichzeitig zu entfernen. Sie könnten ja grundsätzlich auch eine Kapselendoskopie zu sich nehmen. Dann würden Sie es zwar sehen im Video, aber Sie hatten bis heute noch keine Möglichkeit, mit der Kapselendoskopie in den Dickdarmkrebsvorstufe zu entfernen. Das ist ja das Besondere an diesem Verfahren, dass Sie es nicht nur sehen und entdecken können, sondern in der gleichen Sitzung in der Regel auch entfernen können. Eine Kapselendoskopie ist was genau? Was unterscheidet das jetzt von der anderen Endoskopie? Die Kapselendoskopie ist im Prinzip, so wie der Name schon sagt, eine Kapsel ungefähr so groß wie eine Tablette, die eine oder mehrere Kameras in sich trägt, die man schluckt wie eine Tablette und bei der dann außen auf einem Decoder ein Video aufgezeichnet wird, was wir uns als Untersucher dann im Zeitraffer anschauen können und damit von mal primär den Dünndarm, aber inzwischen auch den Dickdarm. Es gibt besondere Indikationen, wo das auch schon für den Dickdarm möglich ist, anschauen können. Und bei einer Darmspiegelung, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann kann man auch schon, wenn man da irgendwas findet, das direkt entfernen, oder? So ist es. Also die Darmspiegelung ermöglicht uns nicht nur zu sehen, sondern auch unmittelbar, wenn wir etwas gefunden haben, es zu beheben, zu entfernen. Das heißt, man ist dann vollkommen von der Schneide, also dann ist es weg, oder gibt es dann noch die Möglichkeit, dass es wieder zurückkommt? Nein, also wenn Sie es entfernt haben, ist es für diese Krebsvorstufe, wenn Sie nur eine haben, so, dass Sie den Krebs verhindert haben. Das ist doch sehr praktisch. Ja. Und vor so einer Darmspiegelung, da muss man auch überhaupt gar keine Angst haben. Nein, also seien Sie sicher, die Darmkrebsvorsorge in Deutschland ist mehr als sicher und hat inzwischen in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen bewiesen, dass wir in Deutschland die Menge an Patienten, die an Dickdarmkrebs erkranken, über die letzten über zehn Jahre reduzieren konnten. Mehr noch, wir haben weit, weit über 100.000 Menschen, denen wir wahrscheinlich überhaupt das Auftreten von Dickdarmkrebs dadurch erspart haben. Und ich kann aus Sicht meines Faches und meiner Kolleginnen und Kollegen nur dafür ermutigen, nutzen Sie das. Wir haben einen Anfang gemacht in Deutschland. Da sind wir sicher einzigartig auf der Welt, dass wir diese Möglichkeit haben als Gesellschaft. Wir sollten sie auch nur nutzen. Wie geht man denn jetzt eigentlich vor, wenn man sagt, so ich bin jetzt in einem Alter, wo ich Anspruch drauf habe, kostenlos so eine Darmspiegelung zu machen, weil meine Krankenkasse das dann jetzt übernimmt. Wie gehe ich denn dann vor? Gehe ich dann zum Hausarzt hin und sage, hey lieber Hausarzt, ich möchte jetzt hier eine Darmspiegelung machen lassen oder wie genau mache ich das? Also inzwischen ist es so, dass die meisten Krankenkassen mit Erreichen des Vorsorgealters die entsprechenden Versicherten auch anschreiben. Das heißt, sie kriegen Memo-Schreiben der Krankenkasse, indem sie aufgefordert werden, zur Darmspiegelung zu gehen. Und mit diesem Vorhaben können sie sich eigentlich direkt an ihren niedergelassenen Gastronologen wenden. Also eine Praxis, die von Gastronologen geführt ist und die eine entsprechende Endoskopie anbietet. Das heißt, man muss nicht unbedingt zu einem Klinikum oder ins Krankenhaus, sondern man kann auch einfach Gastroenterologe googeln und dann… Unbedingt, unbedingt. Also diese Vorsorge ist keine Aufgabe eines Krankenhauses. Also Vorsorge-Koloskopien gehören ganz dringend und wichtig in den ambulanten Bereich. Dort sind sie aufgegangen, dort sind sie vorgesehen. Und das ist mitunter mit einer gewissen Wartezeit verbunden, aber es heißt ja auch Vorsorge. Es geht ja nicht um akute Beschwerden. Und deswegen, wenn man 55 wird oder wenn man 50 wird, dann kann man durchaus mit 49,5 auch schon mal gucken, na, ich würde jetzt schon mal einen Termin machen, um dann zum 50. Lebensjahr auch die Vorsorge wahrnehmen zu können. Aber anders, und das sei auch nochmal ganz klar betont, ist es, wenn Beschwerden da sind. Blut im Stuhl, Durchfälle, überhaupt Veränderungen des Stuhlverhaltens sollten dazu führen, dass sie sich sehr zeitnah an ihren Hausarzt wenden. Sie scheinen wirklich für ihren Fachbereich zu brennen. Man merkt das. Gab es denn auch irgendwelche Patientinnen und Patienten, die Ihnen im Kopf geblieben sind, wo Sie sagen, also die werde ich mit Sicherheit so nie vergessen, weil die Geschichte einfach so schön war oder so außergewöhnlich? Ja, da gibt es eigentlich eine ganze Menge, muss man sagen. Wenn Sie mich jetzt so spontan fragen, dann erinnere ich mich gerne an eine Friseurmeisterin, die an einem Samstagabend in die Klinik kam und sagte, mein Mann hat mir auf die Schulter geklopft und ich habe eine spitze Nadel vom Frisieren verschluckt. Oh. Und auf die Frage hin, wann dieses Ereignis denn gewesen wäre, sagte sie, mein Mann hat mich von der Arbeit abholen wollen und hat mir von hinten auf die Schulter geklopft, dabei habe ich das verschluckt. Das war heute Mittag. Es war nun einige Stunden her, es war ein spitzer Gegenstand und eine Röntgenuntersuchung hat dann relativ schnell ergeben, dass diese Haarnadel, diese spitze Haarnadel sich im Dünndarm verhakt hatte, im mittleren Dünndarm und uns ist es dann gelungen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer ziemlich langen endoskopischen Untersuchung diese Frau vor einer Operation zu bewahren und die Nadel aus dem Dünndarm heraus zu bergen, endoskopisch. Was die ganze Endoskopie dann natürlich sehr gefreut hat, war, dass wir am Montag von dem Mann ein großes, reichhaltiges Frühstücksbuffet ins Klinikum gebracht bekommen haben. Das war doch dann noch eine ganz schön große Überraschung, oder? Absolut. Natürlich freuen wir uns immer, wenn wir Patientinnen und Patienten helfen können und gerade dann, wenn es einen solchen Ausgang genommen hat. Aber fragen Sie mich nicht, wie das Verhältnis zwischen den beiden Ehepartnern nach dieser Aktion geworden ist. Das glaube ich schon. Ich habe es nicht nachverfolgt. Ich glaube, dass das dann ganz schön schwierig sein könnte. Wollten Sie denn eigentlich auch schon als Kind das machen, was Sie jetzt gemacht haben? Oder was Sie jetzt machen? Ja, ehrlicherweise schon. Also für mich gab es eigentlich nie eine Alternative. Für mich ist auch bis heute das Arztsein ein Traumberuf. Ich kann mir keine Alternative vorstellen. So anstrengend das vielleicht manchmal auch ist, aber so schön ist es halt eben auch einfach. Und diese Verbindung in meinem Fachbereich von innerer Medizin gepaart mit einer Subdisziplin, die Endoskopie bedeutet, die so ein bisschen auch etwas Mechanisches hat, wo man so ein bisschen operieren kann und sehr nah am Patienten dran ist, das ist schon etwas ganz Tolles. Aber wahrscheinlich wird das jeder von seinem Fachgebiet behaupten. Ich fühle mich da sehr wohl und ich würde nie wieder eine andere Entscheidung treffen. Ich mache es trotzdem nach wie vor sehr gerne und mit sehr viel Herzblut. Und das Klinikum Osnabrück ermöglicht Ihnen das ganze Jahr? Wo genau sehen Sie so die Vorteile am Klinikum Osnabrück im Gegensatz jetzt beispielsweise zu anderen Kliniken? Da muss man, glaube ich, zwei Punkte nennen. Der erste Punkt im Klinikum Osnabrück ist, ich erlebe ein großes Krankenhaus, nicht nur baulich groß, sondern ein Krankenhaus, was ganz, ganz viele Möglichkeiten von Diagnostik und Therapie anbieten kann, über alle Fachgebiete hinweg. Und mich fasziniert immer wieder, wie ich es kaum an anderer Stelle erlebt habe, wie kurz und gut die Zusammenarbeit zwischen den vielen Menschen sind, die da arbeiten, wie familiär wir uns mitunter dort begegnen, wo so viele Menschen arbeiten. Das ist jeden Tag eigentlich etwas total Tolles, dass man doch ganz viele von den Menschen sieht und mit Namen zunehmend mehr mit Namen kennt und man nicht so das Gefühl hat, man arbeitet in einem sehr großen Krankenhaus und es ist alles anonym. Nee, ich würde es als sehr familiär bezeichnen. Und dann haben Sie doch bestimmt auch, weil wir jetzt auch schon zur letzten Frage unseres Podcasts kommen, die wir immer stellen. Wenn Sie einen Wunsch hätten für das Klinikum oder für die Patienten im Klinikum, welcher wäre dies? Ja, ich glaube der größte Wunsch für uns im Gesundheitswesen ist, dass wir tatsächlich mit ausreichend Fachpersonal die Möglichkeit bekommen, unsere Patienten qualitativ hervorragend auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft behandeln zu können und möglichst vielen Menschen Gesundheit schenken. Herr Dr. Rai, ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind und ich weiß, Sie müssen jetzt wieder zurück ins Klinikum, deshalb danke, dass Sie hier gewesen sind und gute Fahrt zurück ins Klinikum. Sehr gerne, vielen Dank. Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur Team von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcastkanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio Osnabrück Radio Osnabrück Radio Osnabrück Radio Osnabrück Radio Osnabrück Radio Osnabrück Radio Osnabrück